Am Mikrofon nun Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, vor einem Monat, genauer gesagt am 10. Dezember letzten Jahres, ist die Schriftstellerin Huayen im Alter von 100 Jahren gestorben. Sie ist also 1922 geboren und hat 1961 ihren ersten Roman »Die Lampe der Weisheit« veröffentlicht, der innerhalb kürzester Zeit sieben Auflagen erreicht hatte, womit sie sofort zu einer Bestsellerautorin avancierte. Wie auch viele spätere Romane wurde er, in diesem Fall von einer Hongkonger Fernsehgesellschaft, zu einer Fernsehserie umgearbeitet. Die Verfilmung ihres Romans »Die Dies Tagebuch« erhielt übrigens in mehreren Kategorien »Goldene Pferde«, also den Filmpreis Taiwans. Die Schriftstellerin hieß mit Geburtsnamen Yen Ting Yun. Sie stammte aus der südchinesischen Provinz Fujian. Ihr Vater war Yen Hu, ein Philosophie-Professor an der Xiehe-Universität von Fujian. Ihre Mutter war jedoch eine Tochter der Familie Lin, die in Banjiao, südlich von Taipei, ein großes Anwesen besaß. Yen Ting Ü liebte von klein auf chinesische Gedichte und die buddhistischen Klassiker. Sie hatte in Shanghai an der St. Jones University Chinesisch studiert und einen Abschluss in chinesischer Literatur gemacht. 1948 besuchte sie ihre Mutter in Taiwan, die sich dort zur Beerdigung ihres Onkels auffielt. Kaum in Taiwan angekommen, spitzte sich die Lage im chinesischen Bürgerkrieg zu, weshalb ihre Mutter sie dazu überredete, in Taiwan zu bleiben, wo sie bald den Zeitungsjournalisten Yeming Sun heiratete. Dieser war ein Schüler ihres Vaters gewesen und hatte, nachdem er 1945 vom Zentralen Nachrichtendienst nach Taiwan gesandt worden war, sich sehr um die Frau seines Lehrers gekümmert, wodurch er dann auch ihre Tochter kennenlernte. Nach ihrer Hochzeit brachte sie vier Kinder zur Welt und übernahm daher zunächst die Rolle der Hausfrau, begann dann jedoch mit dem Verfassen ihres Erstlingswerkes, das nach drei Jahren Arbeit 1961 erschien. Sie soll damals den Namen ihrer Tante als Künstlernamen angenommen haben, allerdings sind die beiden Zeichen auch der chinesische Name einer buddhistischen Sutra, weshalb der Name auch von daher stammen könnte. Dies war auf jeden Fall der Auftakt zu 45 Jahren schriftstellerischer Tätigkeit. Ihr erster Roman war ein Liebesroman ohne Happy End, denn die beiden Hauptfiguren, zwei Studenten, gehen am Ende auseinander. Es geht in dem Roman um reine Liebe, eine wundervolle Zeit, die Weisheit des Lebens und Aufklärung. Im Alter von 90 Jahren gab sie zu, dass sie ihre eigenen Erfahrungen während der Universitätszeit zu diesem Roman verarbeitet hatte. Der Grund, warum die beiden schließlich auseinandergegangen waren, habe darin gelegen, dass der männliche Hauptdarsteller sich von den chinesischen Kommunisten angezogen fühlte, während ihre Familie der Guomindang nahe stand. Daher habe der junge Mann sich von ihr getrennt. Mit zum Erfolg dieses Romans beigetragen hatte der Umstand, dass der Roman zunächst auf Betreiben ihres Mannes als Fortsetzungsroman 120 Tage lang in einer Abendzeitung veröffentlicht worden war. Selbst Huschel, der damals im Krankenhaus liegende Präsident der Academia Sinica, soll seine Sekretärin jeden Tag gebeten haben, die Zeitung für ihn zu kaufen, damit er die Fortsetzungen lesen konnte. Während der Roman also beim Publikum sehr gut ankam, fand er damals bei Literaturkritikern weniger Beachtung. Diese zeigten zu jener Zeit mehr Interesse an den Werken von Bai Xianyong, Wang Wenxing und Ouyangzi, die alle an der Abteilung für ausländische Sprachen der Taiwan-Universität studiert hatten, daher auch mit ausländischer Literatur in Kontakt gekommen waren und auch selbst eine Literaturzeitschrift herausgaben. Im Laufe ihrer schriftstellerischen Tätigkeit hatte sie 22 Romane, fünf Erzählbände und 60 Novellen veröffentlicht. Sie erhielt auch eine Ehrenauszeichnung des Nationalen Kunst- und Kulturverbandes. Als eine Besonderheit ihres Werkes kann es gelten, dass sie in ihren Romanen unterschiedliche Erzählformen ausprobierte, wie zum Beispiel die Briefform, die Tagebuchform, die Dialogform und so weiter. Im Jahr 2006 wurde in Guangdong eine Konferenz über das Werk von Hua Yan abgehalten, an der sie auch teilnehmen konnte. Auf dieser Konferenz sagte der Vorsitzende des Literatur- und Kunstverbandes der Provinz Guangdong, Liu Siffen, Zitat, Hua Hien's Romane zeichnen sich durch ihre kulturelle Tiefe aus, genährt von der konfuzianischen Philosophie und gepaart mit der Weisheit des Buddhismus, unterscheiden sich ihre Werke von anderen Werken der Gegenwart, enthalten reiche Gedanken und nähren die Seelen der Leser. Zitat Ende Ihre Romane zeigen durchaus keine heile Welt, sind aber gerade deshalb in der Lage, den Lesern, die sich selbst in einer schwierigen Situation befinden, einen Weg zu zeigen. Die Tochter der Schriftstellerin, die Geschichtsprofessorin Ye Wenxin der Universität von Kalifornien-Berkeley, bemerkte, dass auch in ihren anderen Romanen Details ihres Lebens und des ihrer Kinder zu finden seien. Ihre Mutter habe ihre Inspirationen aus ihrem Leben bezogen und die Romane spielten auch im Zeitraum ihres Lebens. Viele Szenen in dem Roman, die dies Tagebuch, seien zum Beispiel Erfahrungen ihrer Töchter. In dem Roman unsterbliche Familie wiederum sei die Situation beschrieben, wie die Kinder von zu Hause ausziehen und nur die alternden Eltern zurückbleiben. In diesem Roman spiegelten sich auch die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen in Taiwan und ihre Auswirkungen auf die Familienstrukturen und die zwischenmenschlichen Beziehungen. Da ich in der letzten Sendung einen Film vorgestellt hatte, der in der Zeit des Weißen Terrors spielt, möchte ich Ihnen an dieser Stelle auch vom Schicksal ihrer Familie erzählen. Ihr Vater, der auf dem chinesischen Festland verblieben war, war zum ersten Vizebürgermeister der Stadt Fuzhou unter dem kommunistischen Regime ernannt worden. Bei der Antirechtsbewegung 1957 wurde er jedoch als rechtes Element abgestempelt. Vor seinem Tod 1962 hatte er aber noch den ersten Roman seiner Tochter lesen können. Huayens Mann war, wie gesagt, der erste Journalist gewesen, der von der Zentralen Nachrichtenagentur nach Taiwan in Sandworten war. Als 1949 Huayens Bruder Yen Xiaow nach Taiwan kommen wollte, übernahm er für diesen die Bürgschaft. Yen Xiaow arbeitete an der ersten Mittelschule Taichungs als Mathematiklehrer. 1953 wurde er jedoch als kommunistischer Spion verleumdet, da er auf dem chinesischen Festland an einem Lesezirkel teilgenommen hatte, weshalb er eines Nachts festgenommen und ins Gefängnis gesteckt wurde. Das zog natürlich nach sich, dass sein Bürger, der inzwischen Präsident der China Daily war, auch nächtens befragt wurde, woraufhin Huayen alle Hebel in Bewegung setzte und seine Vorgesetzten aufsuchte, damit sie für ihn ihre Hand ins Feuer legten. Tatsächlich kam ihr Mann daraufhin wieder frei, trat danach aber von seinem Posten bei der Zeitung zurück. Auch ihr Bruder kam dank der Bemühungen seiner Familie wieder frei, starb aber kurz darauf an einer Krankheit. Huayens Mann wurde schließlich vier Jahre später eingeladen, den Posten des Präsidenten der Liberty Times zu übernehmen. Ihr Bruder Yen Xiaow wurde später von den chinesischen Kommunisten als Märtyrer bezeichnet, was möglicherweise ein Beweis dafür sein kann, dass er tatsächlich ein Untergrundarbeiter der chinesischen Kommunisten gewesen war. Dies war auf jeden Fall eine sehr schwierige Zeit für die ganze Familie. Da man damals also durch schriftstellerische Äußerungen leicht Ärger bekommen konnte, hatte Huayens Vater ihre schriftstellerischen Neigungen zunächst nicht unterstützt, doch nach Aussagen ihrer Tochter sei das Schreiben für ihre Mutter eine wichtige Stütze in ihrem Leben gewesen, so wie während ihres Studiums, das sie damals unter den schwierigen Bedingungen des Antijapanischen Krieges durchzog, Briefe an ihre Familie für sie eine wichtige Stütze gewesen seien.